Ja? Ja, mein Vater, ich bin's. Hallo. Hallo. Na? Ey, weißt du, wen... Nee, das ist gut, aber weißt du, wen ich hier im Auto habe? Entschuldigung, du hast jemand im Auto, sorry. Guten Tag. Guten Tag. Da kommst du nie drauf. Die ist vom Fernsehen. Soll jetzt nicht los? Nee, nee. Die ist älter. Viel älter. Viel älter. Viel älter. Viel älter. Ja. Iris Bärben. Nicht ganz so alt. Frau Maischberger. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wo bist du du gerade? Ich bin ja gerade so in der Mitte. Kannst du mir eingefallen, wo bringst du mir ein paar Schneckchen mit? Machen wir. Muss ich selber fragen. Können wir mal kurz dann halten, das geht ganz schnell. Ja, machen wir aber nachher dann, wenn wir angekommen sind, oder? Das wäre super. Erst mal ankommen und dann machen wir alles. Das liegt doch alles auf dem Weg. Frau Maischberger. Das liegt doch alles auf dem Weg vor dem Beispiel.